So, mit Überfüllten, an vollem Bauch und frisch geduscht geht's natürlich weiter mit Cry of Fear. Ja, wir sind ja hier in dem tollen Häuschen. Oh, wir kommen mal raus. Wir sind ja hier in dem tollen Hütchen... Hütchen reingekommen. Was soll ich denn eigentlich sagen? Oh mein Gott. Weiter Sprung. Oh, aber ich hab aber... Weil, läuft. Oh, oh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So, würde mich nicht wundern, wenn hier oben auch irgendwie viel auf mich wartet. Hier ist eine Leiter noch runter, aber hier brauchen wir keine Leiter. Oh. Oh, Munitione. Wir haben Munitione gefunden. Oh, da war jemand. Nein! Ich hab dich gesehen. Komm raus. Hinter mir auch noch, oder was? Hä? Hab ich da baumfest gehalten, oder? Hä? Oh nee, nicht diese komischen Dinger wieder. Nö, die mag ich nicht. Die machen so viel Schaden. Die kann ich nicht aus der Ferne töten. Äh, was denn? Oh. Oh, da. Mein Bett. Mein fliegendes Bett. Brauche ich meine... Snipper. Meine Snipper. Und da geht er down. Upsa. Jawohl. Läuft auf jeden Fall. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott ist das dunkel. Äh. Äh. Nur... Da mit. Na klasse. Es ist immer noch genauso dunkel. Ich sag mal, wo geht's denn hier hin? Hier hin? Na, Bruder. Hier hin. Hi. Hi. Sophie? What the hell are you doing here? I'm waiting for you. Oh, I... I don't... I don't understand anything now. You're young. What is it that you don't understand? What do you think? The whole fucking city is crawling with... Monsters and... I'm just... Hmm. I mean, suddenly you just turn up on these roof tops? Hm. What are you doing here? Are you hurt? Monsters? Simon, you're scared of me. Haha. Scared? What the fuck? This is just sick. Well, I... Maybe it's just... Let's talk about something else. How have you been? Seht nicht aus. I don't know. I'm just... I'm fused. You... Hmm. Not too bad. Thank you. Better now that you're here. Yeah. I'm... I'm glad you're here too, Sophie. I've been alone all this time. I see. Sounds tough. But what about yourself? Why are you here? Are you hiding up here from those... Things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just... Thinking. Thinking? Yeah, I've been doing a lot of that too. Do you remember how you got here? I don't know. Because... I woke up myself, but... It wasn't an alley and... Wait, I can probably show you. No. Hush, Simon. Can't we just sit here for a while? Can I do something else? Yeah. Uh-huh. Sure. Huh. Komisch. Komisch, komisch. Do you want to know something? Yes. Yes, I do. I want to know just what in the fuck is going on here. Is it about that doctor guy? In the gas mask? Doctor? Simon, please. Huh. No, I mean, about school. Oh. Yeah? What? Well, I don't know if you knew, but I always had a hard time at school. You were... well, you were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, son. Okay, cute. Yeah. 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 You did have it pretty rough. Thank you. Yeah. Yes. I guess I helped you because I liked you because I liked you. You were one of the prettiest girls at school, and... I don't know, I just... I guess I wanted to protect you. Hmm, I don't love you, but I think I could if we got to know each other better. You're so beautiful, Sophie. Why haven't you said anything? I never had the courage. I... I mean... I wasn't exactly the toughest kid in school, was I? But now, we're here alone, I... I feel stronger. I've always liked you, Sophie. Oh, Simon. I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. I always thought that you were just a friend. Nothing more. I'm sorry. So, so is that. But... Shit. Damn, so much stuff has happened lately. All this craziness. The darkness and the monsters and... I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on lately. Yeah. Really. Was it you who tried to phone me, by the way? Yeah. I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh, but what? Out here? No. Away from everything. Away from all this. What? What do you mean? Oh, die springt da jetzt nicht, oder? You know full well, what I mean. Wait a second. Wait a second. You mean all the... No! No! No, no, no! Sophie. Why did she... What the fuck? This... This... This isn't making any sense. Okay. Okay, what... What is the street, please? Was it you who made her do it? Why? 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 You sick fuck! You sick fuck! Oh no, I'm the boss. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich habe Angst, dass hier noch irgendwas rumläuft. Oh. Macht das hier auch irgendwas? Der Scheift. Was macht der da? Hm. Muss man nicht understanden, wollte ich grad sagen. Muss man nicht verstehen. Ah, jetzt verstehe ich. Wow. Oh oh. Das ist scheiße jetzt. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich packe dich. Kommst du. Kommst du. Kommst du her. Wie soll ich den jetzt töten? Hallo? Komm her. Komm her. Hallo? Oh ne, liegt schon wieder am Scheißen. Ja, wie soll ich den jetzt töten, bitte? Hm. Keine Munitione mehr. Hm. Hmmmm... Ist das ein Block? Willst du zu escape? Nein. Alter... Wenn das Vieh einfach mal hierher kommen würde... Hmmmm... Wieso komm ich nicht dran du? Hmmmm... Liegt hier nicht noch irgendwo ein bisschen Munition? Wo 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 wo! Hmmmm... Ehhhhh... Lass dich mal nochmal mit mir verständigen... Was gibt's denn nicht? Hier hört nichts an! Hmmmm... Was passiert denn wenn ich... Jetzt? Wirklich? Was machen mit den Kriegern? Wow! Oh! Schuck! Hey! Hey! Tschüss! 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 Woah! Guck mal was passiert... Oh! Oho! Oho! Und ich hab meine ganze Munition jetzt dafür verschwendet oder was? Würdest du mich verarschen? Das darf doch nicht wahr sein! Ich schuld noch... Herr... 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 Na klar... für den scheiß habe ich jetzt meine ganze munition verschwendet das ist natürlich ärgerlich und theoretisch müsste der immer noch hier oben rumfliegen wo ist die leiche von ihr auf der anderen seite die hat noch irgendwas dabei da will ich direkt mal gucken was die da hat vielleicht ein liebesbriefchen eine karte ich hab sie schnell auf die simon let me go i love you i love you sophie i have to leave please i fucking love you just let me go simon ground and sorrow wo muss ich jetzt hin wo muss ich jetzt hin wieder zurück ah ja ok wo bin ich ich habe keine ahnung ups an die hier kommen wir nicht weit können wir die ampel drücken ist ja cool hätte ich das vorher gewusst da wäre ich nicht einfach so blöd rüber gerannt funktioniert hier noch irgendwas irgendwas irgendwo wo muss ich hin muss ich wieder zurück bitte nicht irgendwo hinten hat doch dieses komische eklige vier auf mich gewartet was sagt er wenn ich hier wieder reingehe ah ok aber da drin war ja auch nichts obwohl ich habe eine keycard vielleicht komme ich damit jetzt irgendwo weiter hinten weiter wo ich vorher nicht lang kam wollen wir uns das mal angucken oh arm cocaine normalerweise würde ich mich ja durch die autos durch die autos zwängen aber ich habe gelesen in dem spiel sind autos ziemlich böse einmal habe ich es ja auch schon live miterlebt deswegen wollen wir das lieber mal sein lassen so ok es lockt können wir mit der keycard irgendwas machen nö mal guckin mal guckin mal guckin irgendwie irgendwo irgendwas müsste doch was gehen ah kann man hier hinten nicht genau hier hier die brüte ist nun unlocked jawohl danke so viel however der elevator ist , ich kann ja das ist eine überraschung erst mal nachladen vorsichtshalber mit boss händers das ist nämlich ziemlich düster hier drin das ja bitte hallo jemand da ja jetzt bin ich neugierig was auf der anderen seite war naja mal abwarten ist mal wieder draußen immer noch nichts zum speichern doch da die musik gefällt mir gar nicht ich beende den part erstmal hier ich bedanke mir auf jeden fall für zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten part auch wieder mit dabei seid bis dahin dann tschüss